Hallo Schöne Leute und Willkommen zurück bei The Room. So, ich glaube, wir sind hier überblieben. Wir haben hier so eine Art Fenster, wo wir mit einem Okulat durchsehen können. Was haben wir denn da schönes? Oh Gott. Ja, wunderbar. Wir müssen es wieder zurecht drehen. Noch ein bisschen so und dann zusammensetzen und BOOM! Oh, ein verzierter alter Dolchhammer bekommen. Geil! Der kommt wahrscheinlich hier. Oh, was geht denn ab? Was? Oh Gott. Jetzt wird es richtig assi. Aha. So eine Art Treppe müssen wir bauen. Bling, 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 Bling. BOOM! Okay. Das nächste Rätsel wartet also schon auf uns. Bei mir sind es die Anzeichen. Wenn ich das so sagen darf. Müssen wir jetzt hier wieder durchblicken oder was? Was? Ja. Müssen wir wieder was bauen. Ach so. So, so. So, 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 so. Et voilà. Jetzt steht es wahrscheinlich still. Genau. Wie ich es mir gedacht habe. Müssen wir das hier zusammen bauen. So. Genau. Oh, was ist denn das hier schön? Es ist ein grosses Gold-Amulett. Da hatten wir doch diese Aussparung hier. Kommt wahrscheinlich hier rein. Genau. Aha. Jetzt müssen wir schauen. Ah, warte mal. Okay. Hier. So. Danach müssen wir es weiter drehen. Oben, Mitte. So. Hehe. Geile Idee. So. Geile Idee. Okay. Okay. Ganz genial. Die Energiequelle zur, was? Nutz... Nutz... Nutzbarmachung des Null-Elements. Nun gut. Ich würde sagen, das nächste Rätsel wartet schon auf uns. Machen wir doch gleich weiter. Ey, es ist Spiel, ey. Dieses Spiel. So geil. Was haben wir denn hier schönes? Na du. Jo. Jo, warte denn das denn, hä? Müssen wir jetzt hier wieder drehen oder was? Oh Gott. Das spart schon viel. Das ist... Ah. Hä? Kann ich das jetzt drehen oder was? Ah. Okay, warte mal. Unten war doch was, ne? Das kann man ja nicht drehen, also muss es so sein. So. Und so. Da kann man nicht viel falsch machen, ne? Wow. Sind wir jetzt in Stonehenge oder wie? Sieht fast so aus, ne? So im Hintergrund. Also grafisch ist der Spieler schon mal richtig klasse gemacht. Mikrofon ein bisschen runter. Mikrofon ist ein bisschen zu hoch. Äh, ja. Also grafisch ist das Spiel richtig geil. Hä? Die Ideen sind auch sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Machen wir weiter. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Ich glaube nicht. Machen wir weiter, 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 weiter. Uff, uff, uff. So. Und es geht weiter. Wo in aller Welt bin ich? Ah, das ist ja die Frage, ne? Wo sind wir hier? Ja. Mhm. Mhm. Okay. Hier ist ein Brief. Schauen wir mal rein. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollends wie sich drehen, nicht vollends wie fallen, wie fühlte, wie ich die Schwelle überschritt und die Visionen was verebten. Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen? Der Weg zurück verschließt sich hinter mir, doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinen Weg gleich geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Okay. Mach mir langsam Angst, wo wir hier gelandet sind, ey. Na? Hm. Können wir hier was tun? Oh. Ja, können wir. Moment mal, das haben wir doch gesehen. Ja, aber keine. Nicht genau wie wo was. Leider. Ein Notizblock mit einer Skizze des Null-Elements. Ob die noch vernöten ist vielleicht? Wer weiß? Wer weiß? Hm. Was machen wir hier eigentlich? Blum, blum, blum. Ah, hier ist ein Schalter. Schalter. Wow. Und jetzt? Was hat das gebracht? Ein Zahnrad scheint zu... Ach so, ein Zahnrad scheint zu fehlen. Okay. Okay. Das hier fehlt. Okay. Hm. Nun. Langsam bin ich wirklich ratlos, was ich machen muss. Hä? Ähm. Ja. Äh. Ja, gut. Ähm. Mhm. Ganz schön, ja. Ah. Hier ist irgendwas. Was ist das? Aha. Äh. Ah. Ein Schalter. Und hier ist das Zahnrad. Das ist wahrscheinlich das Zahnrad, das hier fehlt, oder? Ja, 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 ja. Mal sehen, was passiert, wenn wir das benutzen. Oh, ja, gut. Ähm. Ähm. Sehr gut. Das erste hätten wir gelöst. Na 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 na. Oh Gott. Ach so. Oh man. Warum? Ein Moment. Ah, wir kommen jetzt da hoch. Okay, warte. Nein. Ähm, ja. Ach, Mann, ey, warum? So. Et voilà. Knackige Rätsel. Geiles Spiel. Boah, boah, was ist das hier? Ein Metallkugeln, etwas daran ist seltsam. Na, dann schauen wir uns das mal an. Hm. Was ist denn so komisch da? Ah. Dann drücken. Ist jetzt irgendwas passiert? Ah. Okay. Äh. Oh, ein kleines Zahnrad. Vielen Dank. Äh, das setzen wir gleich hier ein. Würde ich mal sagen. Und drücken auch darauf. Und jetzt geht hier wahrscheinlich irgendwas auf. Ah, das ist eine Schublade. Jetzt verstehe ich. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Hm. Nun gut. Dann, äh. Ein Schlüssel hier. Nö, der kommt nicht hier rein. Ein Schlüssel hier vielleicht. Ein Sternenschlüssel, doch, hier. Sehr gut. Äh. Okay. Nein, 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 nein. Hier, 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 hier. Ah. Ein Schlüssel. Und wenn ich es so mache? Vorhin war da noch etwas anderes. Hm. Mal nachschauen. So ist nichts da. Ah, doch, hier. Eine Metallplatte. Hm. Okay, interessant. Ha, 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 ha. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Okay. Sieht aus wie ein Münzschlitz. Ich brauche wahrscheinlich noch hier irgendwas, um hier überhaupt weiterzukommen, ha? Hm. Nun. Ach so. Okay, warte mal. Hä? Muss ich das jetzt kapieren? Ach so. Das hier kommt hier hin, ha? Aber wie kann ich das ändern? Was? Oh Mann. Hä? Muss ich das kapieren? Ich hab keine Ahnung. Es kommt schon wieder sowas. Alter. Warum? Okay, warte mal. Links ist dieses Zeichen hier. Hä? Okay, links hatten wir dieses Zeichen. Rechts diese Noten. Ah, voilá. Und jetzt? Und jetzt? Ah. Alter, wie geil ist das denn? Was? Äh. Oh Gott. Fünf, sieben, drei. Okay. Fünf, fünf, sieben, drei. Ha? Es hat funktioniert. Etwas muss in die Fassung passen. Hä? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nun gut, Leute, es ist leider schon wieder Zeit aufzuhören. Aber hey, das Spiel ist so spannend, ich kann fast nicht aufhören. Aber trotzdem ist leider schon wieder Zeit. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschu tschu. Bis zum nächsten Mal.